Also los. Fangt an! Pooooooooooition! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Alter, komm mal erst auf den Zeppich. Hast du mich verstanden? Schon jetzt hat Boo gar keine Chance! Ihr Idioten! Tu nach! Weißt du überhaupt, wie stark er ist? Dein Stolz wird dir eines Tages dein Genick brechen. Das schießt vor ihm nicht, wa? Keine Angst, ich, der große Gotenks, werde ihn besiegen. Äh, was meinst du damit? Hey, wo willst du hin? Mann, bleib hier. Ich werde jetzt gehen. Diese aufgeblasene Demo wird noch sein Wunder erleben in diesen 30 Minuten. Ciao.